Aber überzeugt mich nicht. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessieboy. Willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die letzten Tage gut überstanden. Heute drei Produkte im Video, was ganz neu ist. Und zwar geht es heute um Küchengadgets von Wish. Ich habe drei Gadgets, beziehungsweise es kommen noch mehr. Das wird jetzt Teil 1. Und ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. Bei einer Sache, als ich das gesehen habe, dachte ich, jo, dieses Problem kennt jeder von euch. Und dass es dafür ein Gadget gibt, mega geil. Ich habe hier schon ein bisschen Gemüse vorbereitet. Und ich würde sagen, wir packen einmal aus. Hier haben wir komischerweise zwei. Ich bin gerade selber ein bisschen verwundert. Ich habe eigentlich nur einmal bestellt. Oder es sind zwei verschiedene Stärken. Und zwar geht es hier. Jeder kennt das Problem. Das Problem der Knoblauchpresse. Jeder von euch oder viele von euch werden zu Hause bestimmt eine Knoblauchpresse haben. Und ihr kennt das. Ihr legt den Knoblauch rein, drückt einmal runter, habt unten dann diesen Knoblauchmatsch. Macht dann wieder auf. Und dann habt ihr immer in diesem Knoblauchfach so einen Mega-Matsch. Das hier sind jetzt Knoblauch... Das hier sind jetzt Knoblauchreiben. Und ich bin gespannt, wie gut das Ganze funktioniert. Ich habe von WishGad zwei bekommen. Ich weiß aber nicht warum. Die sind auf jeden Fall identisch. Entweder ist zwar ein Fehler passiert, aber ich habe definitiv nur einen bestellt. Oder es war ein zweier Set. Gadget Nummer zwei. Und das ist das Produkt, wo ich meine, das Problem kennt jeder und das braucht jeder. Und zwar ist das ein Tomatenschneide-Gadget. Oder eine Hilfe, um Tomaten zu schneiden. Jeder von euch kennt das. Ihr schneidet Tomaten. Und wenn es zum Ende hinkommt, dann wisst ihr nicht genau, wie soll ich die Tomate anfassen unten. Dann hält man die hier so ganz am Rand. Oder legt sie hin und schneidet so. Und die letzte Scheibe wird immer tief. Und hiermit soll damit Schluss sein. Ich bin sehr gespannt. Und das dritte und letzte Gadget ist ein Spiralschneider für Gurken, Möhren etc. Damit man schöne Streifen machen kann. Ich bin gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, Gadget Nummer eins. Knoblauchreibe. Ich habe hier einmal eine Schüssel vorbereitet. Dann habe ich hier ein wenig Knoblauch. Hier haben wir den Knoblauch. Der kommt jetzt anscheinend hier einfach rein. Dann nimmt man diesen Lümmel hier. Ich weiß noch nicht, wofür das hier. Und dann würde ich sagen, der muss so funktionieren. Also es funktioniert besser schlecht als recht. Es funktioniert eigentlich gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? So sieht das Ganze aus. Also das Problem ist, das ist wirklich schwergängig, das Teil. Nicht so geil. Ist der andere leichter zu bedienen? Nee. Also es ist extrem schwergängig. Was es wirklich erschwert. Ich weiß nicht genau, wofür. Hier ist noch so ein Nupsi. Wofür der jetzt ist. Aber überzeugt mich nicht. Kommen wir zum zweiten. Und zwar zu diesem Spiralschneider. So sieht das Ganze aus. Auch hier nochmal von innen. So eine Art Spiralklinge, wie man es auch von einem Schneide-Nicer-Dicer-Dicer-Ding kennt. Ich habe hier jetzt mal eine Grab hier vorbereitet. Ich hoffe, ich passe überhaupt rein. So, man soll das Ganze hier reinstecken und dann so rum wahrscheinlich. Und dann einfach drehen. China, nein danke. Das funktioniert nicht so richtig. Man muss dazu sagen, die Gurke ist schon sehr weich. Ich hole einmal fix eine andere Gurke. So, dann würde ich sagen, Versuch Nummer zwei. Den wieder so. Und Attack. Ey, auf dem Bild sah das so geil aus, ne? Und hier ist das nicht so geil. Jetzt wird es lange. Aber guckt euch das an. Das ist doch scheiße, Alter. Zwei von drei Gadgets haben schon mal gar nicht überzeugt. Ja, die Mitte bleibt stehen. Oder wie muss ich das halten? So. Das kann ja auch nicht richtig sein. Und ja, ihr seht es hier. Die Gurke wird so komisch geschnitten. Hier drin ist es total matschig, eklig. Keine Ahnung. Also auch hier durchgefallen. Kommen wir zum letzten und hoffentlich vielversprechendsten Gadget. Und zwar den Tomatenschneider. Also, wirklich jeder von euch kennt auch das Problem. Zumindest alle, die irgendwie schon mal eine Tomate in der Hand haben. Ihr schneidet eine Tomate so. Und dann irgendwann habt ihr hier dieses Ende. Und dann rutscht die Tomate immer weg. Und ihr wisst nicht, wie ihr das halten sollt. Und genau dafür ist dieses Teil. Und zwar soll man hier die Tomate einfach reinlegen. Und dann kann man ganz easy zwischen diesen Streben schneiden. Und dann macht ihr das auch. Zack. Moin. Also. Hier unten ist jetzt nicht durchgeschnitten. Aber. Das ist ja halb so wild, finde ich jetzt. Da ist ein bisschen schade. Man kann wirklich nicht bis ganz unten durchschneiden. Aber die Idee finde ich mega. Weil. Das Problem. Habe ich schon so oft gehabt. Man schneidet sich einen Salat oder so. Und dann hängt man hier am Ende. Und weiß nicht, wie man schneiden soll. Und jetzt kann man ja auch zur Not. Dann hier. Zack. Zack. Tomaten dicke ist dann ungefähr so. Was ich voll in Ordnung finde. Und. Ja. Also. Das einzige Gadget, was wirklich überzeugt hat. Und ich habe mir schon gedacht, dass das wirklich das Beste ist. Ich würde sagen. Bewertung und Fazit. Produkt Nummer 1. Die Knoblauchreibe. Ja. Was soll ich zu der Knoblauchreibe sagen? Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte ja. Ganz cool. Im Gegensatz zu so einer Knoblauchpresse. Weil man da halt immer diesen Sot drin hat. Und das immer so kacke rauszupulen ist. Aber hat leider gar nicht überzeugt. Ich habe übrigens für jedes dieser Produkte nur 1 Euro bezahlt. Also. Das waren so 1 Euro Dinger mit. Was weiß ich. 2 Euro Versand. Also insgesamt 3 Euro für jedes der Produkte. Also. Die Knoblauchpresse. Verarbeitungstechnisch. Ja. Ist halt Plastik ohne Ende. Und diese Reibe hier. Die ist nicht mal scharf. Also ich kann hier so mit den Händen rüber. Wenn es richtig. Wenn es eine richtig gute Reibe wäre. Hätte ich jetzt die ganzen Finger auf. Das ist hier gar nicht der Fall. Dann. Ist halt Plastik. Deswegen gebe ich hier für die Verarbeitung 1 von 5 Tests. Ist diesmal nicht scharf. Und 100% Plastik. Kommen wir zur Funktionalität. Die Funktionalität bei dieser Presse hier ist wirklich scheiße. Sie schockt gar nicht. Weil erstens hier. Ihr seht es schon. Ich muss hier extrem viel Kraft aufwenden um das überhaupt hier rüber zu kriegen. Dann habt ihr bei dem Test gesehen. Das hat echt besser schlecht als recht funktioniert. Weil ja dadurch dass das hier so mega erschwert war. Man dann oben noch diesen Nupsi hier rausdrücken muss. Aber wenn die Knoblauch dann ist das so. Und gerieben hat das auch nur so halb. Also alles in allem nicht so geil. Deshalb gebe ich hier für die Funktion 2 von 5 Testis aus dem einfachen Bund. Es hat geraspelt. Aber extrem schlecht. Und unter schweren Bedingungen. Dann kommen wir zur Verpackung und Versag. Ja Verpackung habt ihr ja gesehen. Verpackung. Wieder mal Wish. Ja wie immer Plastik. Sonst keine Verpackung. Kein Karton. Nix. Versandzeit waren zweieinhalb Wochen. Das heißt auch hier gibt es von mir nur 2 von 5 Testis. Das macht im Gesamtergebnis für die Knoblauchreibe 1,6 von 5 Testis. Nicht so geil. Kommen wir zum zweiten Produkt. Und zwar die Spiralschneide Geschichte hier. Ja hat ja auch gar nicht funktioniert. Also ich habe es mit zwei verschiedenen Gurken probiert. Weil ich zuerst dachte das liegt an der Gurke. Aber es liegt einfach an diesem wirklich schlecht verarbeiteten Ding. Verarbeitungstechnisch. Ja es ist halt Plastik und eine Schneide drin. Die ist schon ein bisschen schärfer als die von der Knoblauchreibe. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und verarbeitungstechnisch ist das nicht so die Granate. Genau verarbeitungstechnisch ist das Ganze hier wirklich niedrige Klasse. Preis habe ich euch ja gesagt. Auch hier nur 1 Euro plus 2 Euro Versand. Also auch nicht zu viel zu erwarten. Ja verarbeitungstechnisch gebe ich hier 1 von 5 Testis. Es ist auch wieder sehr schlecht verarbeitet. Ist halt 100% Plastik. Die Klinge ist hier auch nicht scharf. Funktionsweise glatter Durchfall. Also das hat ja noch schlechter fast funktioniert als die Reiter. Also das Ergebnis sieht so aus. Es sind so eine Art Spaghetti zu erkennen. Aber das war wirklich ein Akt. Und das Problem des Ganzen. Wohl das sieht ja schon wieder fast geil aus. Das Problem des Ganzen war ja dass die Gurke so spitz geschnitten wurde. Weil man die einfach hier reinlegen muss. Und dann hier am Ende wurde es einfach nicht geschnitten. Warum auch immer. Es hat leider nicht funktioniert. Deshalb gebe ich hier 2 von 5 Testis. Verpackung und Versand. Genau das gleiche wie bei der Knoblauchreibe. 2,5 Wochen Versandzeit. Nur Plastik. Moin. Also auch hier 2 von 5 Testis. Das macht im Gesamtergebnis genau das gleiche wie bei der Knoblauchreibe. Und zwar 1,6 von 5 Testis. Kommen wir zum letzten und vielversprechendsten Gadget. Und zwar die Tomatenschneidehilfe. Ja, da bin ich wirklich positiv überrascht. Wir fangen an bei der Verarbeitung. Ja, es besteht auch nur aus Plastik. Das Problem was ich hier gesehen habe. Wenn ihr das so seht. Ich hoffe es ist scharf. Diese Stangen hier sind alle ein bisschen krumm. Das heißt die Scheiben werden unterschiedlich dick. Ist jetzt glaube ich kein Faktor der mega stört. Aber muss mit einberechnet werden. Sonst haben wir hier den Greifmechanismus. Der gut funktioniert. Verarbeitungsmäßig. Ja, man sieht hier überall Ecken und Kanten. Hier gebe ich für die Verarbeitung auch 1 von 5 Testis. Kommen wir zur Funktionsweise. Ja, es hat funktioniert. Nicht 100%. Ich konnte unten ja nicht ganz durchschneiden. Aber das fand ich halb so schlimm. Weil die Tomate war wenigstens in Scheiben geschnitten. Und ich konnte nachher die Tomate einfach runternehmen. Und die nochmal durchschneiden. Das fand ich jetzt wirklich nicht so dramatisch. Es hat funktioniert. Und auch so wie ich es erwartet habe. Und es ist wirklich praktisch. Weil wirklich die letzte Scheibe oder die letzten zwei Scheiben bei der Tomate sind immer für den Arsch. Und da schafft das hier einfach super Abhilfe. Deshalb gebe ich hier für die Funktionsweise 3 von 5 Testis. Einfach, weil ich wirklich nicht bis zum Ende durchschneiden konnte. Kommen wir zur Verpackung und Versand. Es ändert sich nichts. Auch hier 2 von 5 Testis. Weil einfach genau das gleiche wie bei den anderen. Das macht im Gesamtergebnis 2 von 5 Testis. Ja, Küchengadgets Teil 1. Ich habe mir leider mehr erhofft. Aber das war wohl leider nichts. Nichtsdestotrotz sind wir mit einem Gussamba. Und heute verlose ich die Teile einzeln. Weil 3 mal Katastrophe. Beziehungsweise es sind dann 4. Ich habe ja 2 Knoblauchpressen. Oder Reiben. Ich verlose das diesmal an 4 Leute. Das heißt, wie das Ganze funktioniert. Lasst ein Abo da, falls ihr nicht schon längst Abonnent seid. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Und schreibt unten was in die Kommentare. Und dann gehört ihr schon zu den Potenzialgewinnern. Sollte es nur einen Kommentar nehmen, kriegt halt der eine Kommentar alles. Pech gehabt. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Dort gibt es immer die neuesten News und Storys. Und was soll ich sagen? Ich würde sagen, habt einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt, Wish Samba. Haut rein. Bis morgen. Adios. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020